hallo zusammen und herzlich willkommen zum alien place downblock 2 ja weiter geht es in unserem häuschen und diese brille kein kommentar was machen wir heute heute werden wir uns ein bisschen mit draconic evolution weiter beschäftigen da haben wir noch ein paar quests offen aber bevor wir loslegen würde ich sagen wir machen kurz einmal zwei offene quests noch wie ein anti beryl und ein anti item beryl connector dann sind die auch immer abgeschlossen und die mit anit an die oh mein gott wie viel gibt es denn da schon wieder damals damit was fehlt da auf quatsch ja okay ja wohl erfolg abgeholt sehr schön und dann noch ein beryl connector wunderbar ja das sind so ein bisschen sinnlose crafting vorgänge aber egal wir haben auf jeden fall wieder zwei erfolge geholt und wir haben eine party pickaxe so genau aber jetzt kümmern wir uns um das was wir eigentlich machen wollten da haben wir auch noch einen erfolg zum abholen jawohl für 12.200 blöcke für silber bekommt man zwei endertanks das ist immer gerechtigkeit na heute sind wir hier genau hier oben haben wir noch drei teile das geht noch nicht das geht noch nicht das geht noch nicht denn da müssen wir erst einmal diesen chaotik schad besorgen aber die drei können wir schon mal machen und genau das wird ja ja man schon wieder nicht mehr sprechen heute genau das würde ich auch machen weiß nicht zurzeit aber generell immer so ein bisschen sprachprobleme ja und brain afk probleme würde völlig vergessen was sie machen wollt dislocate da ach komm da muss man schon wieder da durchbraten weifern core draconium und enderpearl und drei stück und dann war es noch ein einfacher dislocater oder haben wir keinen mehr dann produzieren wir uns schnell ein genau das schmeißen wir jetzt bloß schnell rein genau dann sollte das eigentlich recht flott durchlaufen also ich wüsste jetzt einmal nichts was dagegen sprechen sollte ok genau dann können wir uns schon mal das nächste anschauen das ist ein geiles teil werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen als nächstes machen wir den mob grinder ja genau ich habe zum glück schon draconica bluschen eingeben sprich ja da können wir fast sogar schon machen brauchen wir nur zwei diamond schwerter ja das war jetzt fast ein bisschen zu einfach muss ich zugeben aber was war das letzte das letzte war der spawner stabilized mob spawner da steht jetzt aber nicht mit any core ok cobblestone generator wie lieb wir brauchen einen mob spawner haben wir denn einen spawner wir haben gar keinen spawner können wir denn den kraften uiuiuiui wie bekommen wir denn einen spawner da haben wir mal gar keine gedanken gemacht ah ok doch einfach nur kraften setzt meine stimme schon wieder aus juhu so genau und den müssen wir jetzt zusammen craften mit jetzt steht es da wieder nicht ah da entity 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 was war das can be changed with spawner changer ah ok wir müssen es mit dem spawner changer anklicken jawohl das ist doch machbar die frage ist was ich mir gerade stelle ok die haben kein emc dann würde ich sagen wir schnappen uns tatsächlich so einen wither skeleton genau da haben wir mal zufällig einen bekommen durch ein loot wäre das schwierig zum craften doch wir könnten einen spawner craften den abbauen ja genau so wird das ganze funktionieren ist ok genau dann haben wir schon wieder das nächste item fertig wir haben den advanced dislocator da ist jetzt die frage sollen wir den überhaupt großartig benutzen man eigentlich spricht nichts dagegen glaube ich genau so also mit shift rechts klick add new steuer zentrale komm mit wunderbar genau jetzt müssen wir das ganze nur noch auffüllen und ich glaub mich zu erinnern das ganze funktioniert mit ender perlen dann schnappen wir uns jetzt einfach mal einen ganzen schwung aha ok mit shift klick zieht er sich das ganze rein genau jetzt haben wir mit 1000 fuel drinnen ich weiß gar nicht wie viel das er da immer braucht und ja da muss man erst schauen wie das ganze funktioniert aber ich denke das werden wir auch rausfinden aber vorher würde ich schon mal das nächste da reinschmeißen denn wir haben noch den uncrafting grinder den wollt ihr ja mal machen den brauchen weil unser nether star farm läuft ja immer noch nicht vernünftig weil uns ja da diese widers widers souls diese kleinen gast ähnlichen dinger von den widers köpfen abgehen genau wir brauchen drei tag meter blöcke zwei öfen zwei diamonds nichts leichter als das eins eins zwei drei dann eins zwei und eins eins zwei genau und was war in der mitte ein dropper ich denke mir nicht dass wir da einen haben deswegen kaufen wir uns einfach mal schneiden das ich mache das auch immer sehr geschickt diese aufteilung also da bin ich wirklich ein absoluter profi ok das war jetzt sehr leck ja ja immer diese ausreden naja egal genau also öfen da rein eins zwei drei und dann sollte man den da reinschmeißen und dann klappt das schon genau dann kann das schon mit durchlaufen währenddessen geben wir mal ein kleines bisschen spielen in der mob form machen wir nur sorgen ok nein da habe ich überall die void upgrades drin ok ich habe mir jetzt ein bisschen gedanken gemacht nicht dass uns die dann überlauft und ja wieder mal hat es der spaß man kennt es die laufen aber das licht brennt genau nein böse creeper ja jetzt müssen wir es irgendwie schaffen den creepern aus dem weg zu gehen und trotzdem ein wither skeletten zu bekommen schauen wie man das jawohl da haben wir es schon geschafft ähm licht wieder so gehen wir kurz mal mein schwert rein jawohl dann ist das ja auch schon wieder ruhig wither skeletten wunderbar genau jetzt ist nur noch die frage mit was musste man den zusammen craften um den ausschalten zu können ok ok dann würde ich sagen wir machen den wifern der braucht keinen player nearby aber ähm der reagiert auf die darkness und ich habe natürlich wieder einen absoluten schmack gemacht ich brauche diesen blöden spawner changer gar nicht wir haben ja extra die souls gefahren die braucht man ja für den ja da hat es hier nochmal wieder kurz ausgesetzt aber das kennt man ja so genau dann würde ich sagen wir packen den einfach da mittig rein und gutes mehr würde ich da jetzt gar nicht machen mehr würde ich da jetzt gar nicht machen mehr würde ich da jetzt gar nicht machen ja genau packen wir einfach mittig rein ah ja und vorher sollte man vielleicht den wifernkorner draufpacken genau genau und hallo das war doch so der muss broken sein muss ich den jetzt wirklich platzieren und wieder abreißen juhu dann ist er weg ok na da ist er aha und so könnte man wirklich die spawner Shards bekommen ist ja auch eine komische Sache einerseits wird er ja kaputt gemacht ja ok er ist dann nochmal ganz ok verstehe ich ein bisserl was kommt raus genau und da klicken wir jetzt mit der Soul drauf genau und jetzt sollten Stück für Stück die Wither Skeletten rauskommen wunderbar genau dann können wir eigentlich die Maschine mal weg bauen und dann bauen wir dafür den Mobgrinder hin jetzt hoffe ich bloß dass der so richtig steht aber ich fürchte mal nicht wieso spawnt der jetzt trotzdem ok der steht nicht richtig der hat kein Strom genau der braucht ja Strom da war ja was da machen wir jetzt einfach einen Flachsplack ich will mich jetzt da nicht ich will mich jetzt da nicht runter stressen dann machen wir einfach einen Flachsplack dran und alles ist gut Flachspoint sorry genau ich weiß ich habe am Anfang gesagt ich mache das anders aber ganz ehrlich wir haben so viel Strom wir haben den Reaktor am laufen warum soll man den nicht nutzen denn war da doch richtig rum war da doch richtig rum jetzt verstehe ich gar nichts mehr warum funktioniert der nicht ist der nicht normalerweise viel schneller ok ok aber er macht zumindest das was er soll dann würde ich sagen ist das ok ja und übertrieben viel brauchen wir ja nicht was haben wir denn bis jetzt wir haben bis jetzt 157 das könnte sogar schon reichen für das was wir eigentlich brauchen ok dann könnte man eigentlich könnte man das da einspeichern genau zack add new mob farm ok komm mit und jetzt ist die Frage ah ok mit Shift und Mauser kann ich jetzt durch klicken jawoll und dann bin ich da und ihr braucht ein bisschen Treibstoff wunderbar genau den Rest schmeißen wir da rein und wir haben jetzt wieder ein großes Stück Schaft wir haben den Uncrafting Grinder ich bau den jetzt zweimal einfach da hinten kurz rein theoretisch könnte man den sogar genau weil diese Aufladefunktion die funktioniert ja sowieso nicht ich habe ihn mal wieder abgeschlossen weil der das immer rausgezogen hat bevor es voll war also sobald diese Kiste leer war hat er es wieder rausgezogen war sowieso nicht die beste Funktion deswegen würde ich sagen wir machen es einfach so und korrigieren das dann in den Uncrafting Grinder wieso grün nix insert nur extract genau ok da müssen wir eigentlich nur noch vorne das Teil austauschen sehen wir zwar nicht was passiert und im schlimmsten Fall müssen wir halt dann reingehen genau also das war die Batterie ja die sind jetzt natürlich aufgeladen egal schmeißen wir es rein genauso die Batterie die können wir auch rein schmeißen wir brauchen was nehmen wir da am besten ich nehme jetzt einfach mal Rottenflash Rottenflash ist auch zerstört egal einfach irgendwas nehmen genau und jetzt brauchen wir nämlich die Wither Skeletonskulls und daraus bekommen wir nämlich dann wie war das nochmal genau aus 3 Withering Soul bekommen wir 3 Wither Skeletonskulls sprich wenn wir 3 Skulls reinschmeißen dann müsst ihr eigentlich das Rezept erkennen 1,2,3 Recipe Found jawoll nice genau und jetzt können wir uns nämlich endlich einmal unsere Mystical Agriculture Form fertig bauen das war ja schon lange ein offener Punkt zieht der das auch raus hoffentlich ja er zieht es raus ok genau und da brauchen wir ja noch die die Nether Star Crooks und da haben wir ja das Zeug gebraucht muss wir mal schauen wie weit das wir da kommen äh was fehlt denn da jetzt Block of Diamond genau die kann ich mittlerweile wieder äh komplett drin lagern bis jetzt haben wir immer das Problem gehabt dass man die für das na für die Singularity Produktion braucht haben Apropos Singularity sollte eigentlich mittlerweile der nächste schon wieder fertig sein jawoll wir haben die Nickel Singularity und dann speichert man nur noch das letzte Stück ein das kommt da rein genau ich hab die immer gleich mit 3 gespeichert aber dann in das System geschmissen dass wir es zusammen haben genau können wir auch wieder gleich die Quest ja ich vergesse immer die Quest abzumschließen wahrscheinlich ja weil ich halt nix mehr mittlerweile eigentlich nix mehr bekommen was direkt großartig interessiert Chance Cubes nice genau jetzt fehlt nur noch die eine und dann können wir schon mit dem Infinity Katalysten weitermachen genau das kann alles weg das könnte ja eigentlich schon direkt ich weiß gar nicht wie viele haben wir da gebraucht ich nehme jetzt die einfach mal mit und dann gehen wir kurz nochmal zur Farm ja und dann werde ich wahrscheinlich das Problem haben dass mir das schon wieder überläuft ich habe jetzt gar keine weiteren ähm Imaginary Time Blocks platziert ich wollte da eigentlich noch voll machen denn ich habe das Problem dass die Leitungen das nicht packen und der eine Crafter da hinten packt das nicht das ist einfach zu schnell zu viel ich fürchte ich muss das schon wieder umbauen muss quasi hier weiß nicht wie ich das genau mache eventuell für jedes Feld ein extra Item Collector genau dann baue ich da einen Item Collector der dieses Feld abfarmt und einen eigenen Crafter drüber und dann wird das fertige Produkt rübergebracht ich glaube dass das das einzig sinnvolle ist was man da noch machen kann alles andere führt ständig zur Verstopfung vom System und ja und dann spielt der Server wieder äh was heißt der Server dann spielt die Welt wieder weil nichts mehr geht genau zwei Stück noch eins, zwei jetzt fehlt es tatsächlich an dem einen Block und weh jetzt fehlt eine Essenz nein alles gut jawohl genau dann ist die Farm soweit zumindest jetzt einmal in der Theorie fertig wie gesagt praktisch muss ich natürlich da noch umbauen denn wir werden gleich sehen oder vielleicht haben wir auch Glück bis jetzt scheint es sogar zu funktionieren ok im Moment funktioniert sogar aber ich wollte ja dann noch die weiteren imaginary timeblocks hinbauen habe ich die überhaupt im ich habe die da noch gar nicht eingespeichert muss man fast noch kurz nachholen hat der EMC jawoll hat er nehm jetzt einfach mal ins Deck raus und dann platzieren wir die mal hin und schauen mal was dabei rauskommt aber ich vermute mal dass ich es dann gleich wieder abschalten darf weil sonst alles hin und vorne übergeht komplett Strom brauchen sie ja nicht viel ok da war sogar noch ein zweiter wir brauchen ja noch 250 F pro Tick naja ok es ist gar nicht so schlimm wie ich erwartet habe nur der Crafter wird man wahrscheinlich verstopfen ich würde sagen da gehen wir jetzt aufs ganze no risk no fun aus Baden aus Baden muss ich dann wieder aufs screen ja aber es läuft könnte man sogar theoretisch noch schneller abformen aber ganz ehrlich ich will ja die Welt jetzt nicht unbedingt zum crashen bringen es reicht mir wenn ihr vernünftige Farben habt ja 30.000 davon 13.000 davon 37.000 davon es es reicht oh da war es fast vorbei es funktioniert also überraschenderweise muss ich sagen es funktioniert und es funktioniert momentan sogar fast besser als vorher funktioniert hat oder zumindest genauso also ich habe wirklich schlimmeres erwartet muss ich gestehen aber naja ok ich finde es in Ordnung ich finde es gut den Rest schmeißen wir da wieder rein ja jetzt überlege ich gerade nochmal ok wir haben das wir haben das wir haben das die Mobfarm ist komplett fertig der Spawner steht unser Porter läuft genau da muss ich ja bloß noch ein paar Teile einspeichern ja dann fehlt uns eigentlich nur noch der Chaotic Shard oder Chaos Shard damit können wir den Chaotic Fusion Crafting Injector machen und den Chaotic Core und dann haben wir Drakonic Evolution auch schon fertig was ich jetzt noch machen werde aber das mache ich jetzt offscreen denn ja es ist eigentlich immer das gleiche und zwar ich möchte den Staff of Power haben sprich ich mache mir jetzt zusätzlich zu dem Schwert das ich schon habe mache ich mir jetzt nochmal die Pickaxe also es ist nichts Außergewöhnliches das kennen wir schon alle das ist quasi genau das gleiche was ich mit dem Schwert schon gemacht habe ja wirklich eins zu eins mache ich das gleiche nochmal mit der Schaufel genau dann schmeißen wir das da rein und dann kommen wieder die ganzen Upgrades jetzt okay die zeigt er mir jetzt nicht an aber dann packe ich quasi alle Upgrades wieder drauf genau da hat er es jetzt kurz anzeigt im Grunde genommen genau das gleiche was ich schon gemacht habe mache ich nochmal ich denke nicht dass man da nochmal dabei sein will dass man das nochmal sehen will aber ich werde euch natürlich den Staff of Power dann zeigen und ich freue mich auf jeden Fall dass du wieder mit dabei warst ich hoffe dir hat es gefallen wie immer bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal